So, Recording. Riii. Zu laut. Riii. Zu laut. Riii. Riii. Okay. Okay, das ist jetzt T-Pose. So, mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich hoffe, dass ich das hier groß bekomme. Wenn ich das Spiel starte. So. Jetzt gehe ich hier mal so in die Mitte. Noch mal kurz checken. Ja, jetzt bin ich in der Mitte, okay. So, Library. Und ich starte das Spiel. Ja. Starte das Spiel. Wird gestartet. Okay. Zieht ihr das? Next up. Es lädt. Irgendwie ziemlich langsam. Also, der Ton läuft jetzt über die Webcam. Der muss richtig schlecht sein. Ich kriege hier gerade den Headset-Ton nicht an. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlecht. Doch, es ist ganz so schlecht. Ach du Scheiße. Es geht los. Die siebte Generation. Es gibt doch eine zehnte Generation und i9 oder sowas. Oh. Oh. Okay. Seht ihr das? Seht ihr das? Und hört ihr das? Sieht ganz gut aus. Ah, ja. Okay. Also, das hier würde ich jetzt auch mal weg machen. Ähm. Okay. Das muss ich mal eben da weg machen. Okay. Ja. Stop. Und zwar? Ja. Ah, ich komm jetzt mal an dieses Ding da. Okay. Ich kann hier den Schrank aufmachen. Und... Was ist das? Das kommt ganz fest. Was ist denn da hier? Das ist so der Furst? Ah, das muss. Hier ist noch so ein Burger. Und... Oh. Das ist das. Oh, das Kabel. Okay. Okay. Ich mach jetzt mal die Tür dazu. Oh, ein Ball. Noch ein Ball. Und die Schuhe kann ich nicht werfen. Das kann ich alles nicht werfen. Okay. Dann kann man hier so... Hardcore Mode. Campaign. Kann Sachen kaputt hermachen. Ähm. 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 Campaign. Nein. Wie heißt das? Port Mode ist das? Port Mode ist das, glaube ich. Obwohl die einfach die ganze Zeit kommen. Single Player. Ja. Geht das los? Canyon. Ah, da gibt es immer noch mehr. Canyon. Canyon ist immer gut. Ich hoffe, ich stehe halbwegs an der Mitte hier. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Ich hab hier eine Pistole. Und hier das Gewehr. Was gibt's hier noch? Ach. Aim to watch. Aim and watch to open. What? Ach so, das ist ein Menu. Mute your microphone. Okay. Okay, hier kann ich so laufen. Ziemlich dreckig alles. Ich kann mich so verschwimzen. Mal die Anzeige. Okay. Hier ist ein Bell. Geh doch mal durch hier. Kann man das essen? Oder das? Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo vorne ist. Ich schau mal kurz. Das sieht irgendwie mega verpixelt aus hier auf dem Desktop. Ich hoffe, das sieht in der Aufnahme nicht so aus. Ich befürchte es aber. Naja, das ist jetzt erstmal ein Test. Okay. Ähm. Ja. Ja. Gut. Hier sind wir die neuen Waffen. Und... ... 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